Ich begrüße euch zu meinem zehnten Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Steuern. Bei dem Thema Steuern gehen die Gemüter weit auseinander. Es gibt Bürger, die Steuern als Diebstahl des Staates ansehen und die vollständige Abschaffung fordern. Andere vergleichen mit anderen Ländern und sehen, dass wir sehr viel mehr Steuerabgaben haben, als es in anderen Ländern, wirtschaftlich vergleichbaren Ländern, üblich ist. Und wieder andere, meist sozialistisch-planwirtschaftliche Gruppierungen, fordern immer mehr Steuern und wollen auch noch die bestehenden Steuersätze anheben. Natürlich gibt es auch Ausgaben, welche geleistet werden, auf die man lieber verzichten sollte. Diese Einsparungen könnten zumindest für eine Senkung der Steuerlast gegengerechnet werden. Dazu zähle ich zum Beispiel die Abgabe an die EU. Zum Thema Europa und EU wird es noch ein gesondertes Video geben. Zum ersten müsste das Steuersystem vereinfacht und überarbeitet werden. Wenn eine Steuer für einen Zweck erhoben wird, so muss diese Steuer automatisch wegfallen, bevor das vorher definierte Ziel erreicht ist. Zudem dürften diese Steuereinnahmen nur zur Umsetzung des definierten Ziels Verwendung finden. Unter diesem Gesichtspunkt gibt es bereits eine Vielzahl an Steuerarten, die wegfallen könnten. Leider wurde und werden viele Steuern, die einem Zweck zugeordnet wurden, heute zweckentfremdet. Diesbezüglich kann man den Steuerskeptikern Recht geben, dass es sich um einen Raub durch den Staat handelt. Jetzt wird sich oft beklagt, dass Megakonzerne, die weltweit agieren, keine oder nur zu wenig Steuern in Deutschland zahlen. Die Unternehmen haben die Pflicht, Steuern zu zahlen, aber auch das Recht, Steuern zu sparen. Um Steuern zu sparen, wandern Unternehmen ab und eröffnen ihre Hauptniederlassung in steuerlich günstigeren Ländern. Eine einfache Änderung in der Steuergesetzgebung würde verhindern, dass Unternehmen wegen der Steuerhöhe ihr Unternehmen in steuerlich günstigere Länder verlagern und woanders ihre Steuern entrichten. Sowohl was die Einkommen, die Gewerbe und auch die Umsatzsteuer angeht, müsste die Regelung so sein, dass immer da diese Steuern zu zahlen sind, wo der Umsatz erwirtschaftet wird. Unabhängig davon, wo auf der Welt ein Unternehmen seinen Sitz hat. Wer in Deutschland etwas verkaufen will, muss auch in Deutschland für Einnahmen in Deutschland seine Steuern zahlen. Wenn zum Beispiel ein in den USA sitzendes Unternehmen eine Ware nach Deutschland verkauft, muss für diese Kauftransaktion die Steuer in Deutschland gezahlt werden. Dass diese Konzerne es nicht wollen, ist mehr als verständlich. Der Staat hat aber seine Gesetze an die Bedürfnisse seiner Bevölkerung und unserem Land und nicht zugunsten der Lobby von Großkonzernen auszurichten. Ein Video zum Thema Lobbyismus findest du oben unter dem i. Dadurch würden die Steuereinnahmen deutlich ansteigen, sodass zweckentfremdete Steuern wegfallen könnten. Hier geht es bereits um Milliarden. Diese plumpe Einzelmaßnahme würde die finanziellen Einnahmen derart erhöhen, dass sogar der Motor der deutschen Wirtschaft, der Mittelstand und jeder einzelne Bürger entlastet werden könnte. 1965 hat den Spitzensatz, der liegt derzeit bei der Einkommensteuer bei 42%, derjenige gezahlt, der das 15-fache des durchschnittlichen Einkommens in Deutschland verdient. Heute muss diesen Satz schon zahlen, der das 1,7-fache des Durchschnitts verdient. Ich halte 25% für den Durchschnitt der deutschen Einkommen für gerechtfertigt. Nicht mehr. Wer weniger als 2.000 Euro im Monat hat, muss von der Einkommensteuer vollständig befreit sein. Danach angefangen bei 5% langsam ansteigend. Der Spitzensteuersatz sollte erst von dem gezahlt werden müssen, der das 20-fache des durchschnittlichen Einkommens verdient. Gleiche Regelung für Einkommen von kleinen Unternehmen. Anstelle jedoch eine gesonderte Gewerbesteuer zu erheben, gehen Steuern von Personen in die Stadtkasse und für Unternehmen in die Kasse der Kommunen. Dieselbe Staffelung selbstverständlich auch für Einkünfte aus Kapitalerträgen. Sowohl bei dem Kapitalertrag als auch für Unternehmen würde natürlich der Betrag auf das Jahr hochgerechnet. Liegt ein Unternehmen oder Anleger unter 24.000 Euro im Jahr alles steuerbefreit. Gesonderte Steuerfreibeträge sollte es nicht mehr geben. Nur die Anrechnung zweier verheirateter Personen oder beurkundeter Personen einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Ein Video zum Thema Ehe findet ihr oben unter dem i. So wie die Gewerbesteuer abzuschaffen ist, sollte auch die Schenkungs- und Erbschaftssteuer abgeschafft werden. Diese Steuerarten bringen weniger ein, als sie für den Verwaltungsaufwand an Kosten verursachen. Abgesehen davon, dass die Erbschaftssteuer Existenzen vernichtet und zur Verarmung von Familien beiträgt. Abgesehen davon, dass es sich dabei um bereits versteuerte Einkünfte handelt. Wichtig ist selbstverständlich auch, dass der Bürger weitestgehend entlastet wird. Die Mehrwertsteuer ist die Steuer, die jeder zahlt. Bei jedem Einkauf. Durchaus gibt es viele Personen, die durch die Änderungen des gerade beschriebenen Steuersystems schon mehr Geld in der Tasche haben. Damit aber alle Bürger auch eine Verbesserung der Steuergesetzgebung spüren, muss die Mehrwertsteuer ebenfalls dauerhaft stark reduziert werden. Ein Mehrwertsteuersatz von mehr als 10% halte ich bei Gebrauchsgütern für nicht gerechtfertigt. Bei notwendigen Artikeln des täglichen Lebens, wie Lebensmittel, also alles was man essen oder trinken kann, Gewürze und Kräuter, Babynahrung, Hygieneartikel, Tierfutter, sollte gar keine Mehrwertsteuer erhoben werden. Genauso wenig auf notwendige Kosten für Heizung, Wohnen und Energie. An die politisch linke Ecke. Ihr solltet endlich mal aufhören, nur weil auch Wohlhabende an einer steuerlichen Vergünstigung profitieren können, es ist nämlich höchst unsozial, deswegen der Durchschnittsbevölkerung einen Vorteil vorzuenthalten. Es lässt sich nicht ändern, wenn der Ärmste einen Vorteil hat, dass der Reichste daran auch profitiert. So wie jeder Bürger und jedes Unternehmen darauf achten muss, dass er keine Steuern hinterzieht, so sollte auch der Staat bemüht sein, mit den Steuergeldern, die gezahlt werden, besorgt umzugehen und nicht zu verschwenden. Einsparungspotenzial gibt es gewiss an vielen Stellen. So sollten Kindergelder nur an Familien gezahlt werden, deren Hauptwohnsitz auch in Deutschland ist, beziehungsweise deren Kinder in Deutschland wohnen. Derzeit wird auch Kindergeld ins Ausland gezahlt, was nicht tolerabel ist. Dann zahlen wir mehr an die EU, als wir von der EU zurückbekommen. Ohne den Corona-Fonds hat Deutschland mit der EU bereits 16 Milliarden Verlust jedes Jahr. Gezahlt aus unseren Steuergeldern. Durch die Corona-Rettungspakete wird es nur noch viel mehr. Der Bürger wird immer ärmer. Die Abgeordneten zahlen sich ein selbstbestimmtes, jährlich steigendes Politikergehalt. Das müsste drastisch angepasst werden, was ebenfalls die Steuerausgaben senken würde. Über das Thema Politikervergütung wird ein gesondertes Video kommen. Ich bin der Ansicht, dass die Steuern für den Bürger stark gesenkt werden müsste. Das Steuersystem zu vereinfachen ist leichter, als man es uns versucht zu verkaufen. Der Fairness wegen müssen alle, die in Deutschland Gewinne erwirtschaften, auch deutsche Steuern zahlen. Steuern, die einen zusätzlichen bürokratischen Aufwand verursachen, gehören abgeschafft. Wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Ihr könnt das Video auch gerne herunterladen und in euren Kanälen erneut einstellen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch in meinem nächsten Video nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg ? ? ? ? ? ? ? Untertitelung des ZDF, 2020